Greif sie an, Bernhard! Nein, lass das. Verfolg sie! Was Papa wohl gerade macht? Der hat bestimmt auch Spaß. Ich hoffe, dass er heute noch zu uns kommt. Ist das wirklich Bernhard? Ja, er ist gekommen, um mich zu retten. Attacke, Bernhard! Warte, Paul. Ich muss Oskar zur Hilfe rufen. Greif an, Bernhard! Lass uns darüber reden. Es gibt nichts, worüber wir reden könnten. Ich hasse dich über alles. Hör mir bitte zu Paul. Warum sollte ich das machen? Ich habe genug von dir, du Verrückte! Wo bleibt denn Oskar? Attacke, Bernhard! Du machst einen Fehler, Paul. Mein einziger Fehler war es, meine Frau mit dir zu betrügen. Guck mal da, Paul. Hä? Was denn? Haha, damit habt ihr nicht gerechnet. Haha, du bist so dumm, Julia. Warum sagst du das? Ich habe doch eine Waffe. Ich kann Bernhard doch töten. Zeig es ihr, Bernhard! Hey, was soll Bernhard mir zeigen? Jetzt kannst du gar nichts mehr machen! Oh nein, Bernhard ist in seinem Panzer. Was mache ich denn jetzt? Beeil dich, Oskar! Jetzt greif an, Bernhard! Aua, Bernhard hat mich gebissen. Haha, willst du noch mehr? Nein, bitte nicht, Schatz. Ich bin nicht dein Schatz, du Verrückte! Beiß sie nochmal, Bernhard! Nein, bitte lass das. Doch, tu es, Bernhard! Es tut so weh. Das geschieht dir recht, du blöde Kuh! Hoffentlich ist Oskar gleich da. Oskar wird dir auch nicht helfen können. Ich muss von hier abhauen. Verfolg sie, Bernhard! Sobald Julia erledigt ist, schwimme ich nach Antalya. Lass mich in Ruhe, du Biest. Ich muss versuchen abzutauchen. Bernhard folgt mir immer noch. Sehr gut, Bernhard! Wie komme ich jetzt nach Antalya? Kann ich wirklich bis dahin schwimmen? Sollen wir ins Meer? Ja, ich will Haie sehen. Haha, sehr witzig. Das war kein Witz. Oskar, ich brauche dich. Wo sind sie denn hin? Wo sind sie denn hin? Na ja, egal. Ich muss überlegen, wie ich nach Antalya komme. Ich habe keine Luft mehr. Ich muss schnell wieder auftauchen. Ah, da sind sie wieder. Moment mal. Was ist das denn? Lass mich in Ruhe, du Monster. Da bist du ja endlich, Oskar. Jetzt bist du nicht mehr so mutig, Bernhard. Du bist doch verrückt. Oskar, beschütze mich vor diesem Monster. Ja, haut ab. Schwimm hinterher, Oskar. Schnapp dir Bernhard. Bernhard ist in Gefahr. Ich muss ihm helfen. Er ist mein Freund. Das Wasser war toll. Ja, hast du Lust, eine Boot-Tour zu machen? Ja, vielleicht finden wir dann Papa im Meer. Haha. Das glaube ich nicht, aber das wird bestimmt spaßig. Ja, ich freue mich sehr. Komm, wir kaufen die Tickets. Bernhard, halte durch! Wo ist Bernhard? Bernhard wird sterben. Oskar wird ihn erledigen. Das darf ich nicht zulassen. Bernhard ist mein Freund. Du kannst nichts machen. Doch, ich muss es versuchen. Mach nichts Dummes. Ich will nicht, dass du dich verletzt. Mir egal. Das ist alles deine Schuld. Ich muss die beiden verfolgen. Nein, bleib hier, Schatz. Du kannst mich mal. Halt, Paul. Ich muss hinterher schwimmen. Paul darf nichts passieren. Warte, Paul. Lass mich in Ruhe, Julia. Da sind Bernhard und Oskar. Oskar, lass Bernhard in Ruhe. Paul, gib endlich auf. Nein, wir werden das jetzt ein für alle Mal beenden. Du hast keine Chance gegen Oskar und mich. Na, das werden wir sehen, Julia. Mach dich bereit, Bernhard. Da ist unser Boot. Das wird bestimmt so cool. Endlich geht's los. Ich freue mich auch. Bernhard, bist du bereit? Bist du bereit, Oskar? Beißattacke, Bernhard. Zieh dich zurück, Oskar. Haha, sehr gut, Bernhard. Jetzt reicht es mir. Oskar, setz Wellenattacke ein. Zieh dich zurück, Bernhard. Haha, zu spät, mein Schatz. Tu es, Oskar. Bernhard! Oskar, schwimm hinterher und töte Bernhard. Nein, bitte nicht, Julia. Los, Bernhard. Ich habe gleich keine Luft mehr. Es ist vorbei, Paul. Oskar wird Bernhard töten. Und dann werden wir heiraten. Bernhard, benutze deine Geheimattacke. Was für eine Geheimattacke? Tu es, Bernhard. Oskar, töte Bernhard schnell. Was macht Bernhard da? Noch schneller, Bernhard. Das ist Bernhards stärkste Attacke. Du hast es gleich geschafft, Bernhard. Tornado-Attacke! Ich kann es nicht fassen. Bernhard hat es geschafft. Oh nein, Oskar. Gut gemacht, Bernhard. Kannst du mich nach Antalya bringen? Danke, mein Freund. Kann ich auf deinen Rücken? Sehr gut. Warte, ich komme. Halt, Paul. Ich lasse dich nicht gehen. Ich hoffe, ich sehe dich nie wieder. Schwimm los, Bernhard. Oskar, ich brauche dich. Bitte bring mich nach Antalya. Wir müssen auch nach Antalya. Bring mich dahin, Oskar. Drei Stunden später. Der sieht irgendwie aus wie Paul. Entschuldigen Sie bitte? Ja. Wie heißen Sie? Sehr gern. Okay, es ist nicht Paul. Pia, Mia, ich habe es geschafft. Oh mein Gott. Julia verfolgt mich. Wir müssen schnell an den Strand. Ich sage dem Kapitän Bescheid. Ich kann es nicht glauben. Wir können uns später freuen. Julia ist gleich hier. Da ist der Strand. Ich kann Paul sehen. Bring mich zum Strand, Oskar. Wir werden jetzt heiraten oder ich schieße. Lass mich in Ruhe, du Verrückte. Was ist denn hier los? Wer bist du denn? Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch eine Folge zu sehen.